Ich habe schon die Amerikaner als sehr positive Mitbürger wahrgenommen und auch immer wahrgenommen durch den amerikanischen Frauenclub. Oder man ist immer wieder Amerikanern auch begegnet. Ich sage mal eigentlich ein Stück weit selbstverständlich hier in der Landeshauptstadt Wiesbaden. Ich glaube gar nicht, dass wir uns so viele Gedanken gemacht haben. Wir haben zwar immer auch von dem Gymnasium nachher versucht, Kontakte auch zu bekommen. Das ist mal gelungen, mal weniger gelungen. Aber das war irgendwie so selbstverständlich, dass die Amerikaner da waren. Deswegen hatten wir auch den Bezug. Wir haben ja alle zu der Zeit natürlich auch AFN gehört. Also von daher war das für uns irgendwo selbstverständlich. Übrigens auch selbstverständlich, dass der amerikanische Präsident aus unserer Sicht, das war ja überhaupt nicht selbstverständlich, das weiß ich heute natürlich. Aber wir haben das gedacht, das ist ja klar, dass er nach Wiesbaden kommen muss. So, wo wir es ja noch, dass die Amerikaner da sind. Das war ja auch immer noch mal. So, wir haben ja auch immer wieder. So, wir haben ja auch immer wieder von dem Bauchhächer. Untertitelung des ZDF, 2020